Was ist die Berufsmatura? Mir persönlich ist wichtig die Berufsmatura, weil wir brauchen dringend Lehrlinge im Handwerk. Und um denen einen Anreiz zu geben, wieder Lehrling im Handwerk zu werden, ist die Berufsmatura ein sehr sinnvoller Weg. Dann die Zusammenarbeit, Landwirtschaft, Handwerk, Handel, Tourismus und die Landesförderungen gehören meiner Meinung nach überarbeitet. Man soll uns Unternehmen weniger nehmen, dann braucht man uns danach auch nichts zu geben. Ein erster Beitrag ist glaube ich schon dieses Interview, um die Menschen dafür zu sensibilisieren. Ich persönlich trage dazu bei, dass wir verstärkt mit Bauern zusammenarbeiten, dass wir regionales Getreide kaufen. Wir haben hier im Ulten Kräuteranbau, den wir in unserer Bäckerei verwenden. Wir haben Rücken, der im Ulten angebaut wird, der wird bei uns verwendet. Und das ist glaube ich ein guter Schritt in die richtige Richtung.